so und zwar ist das so ein zweibett zimmer war jetzt auch nicht so dramatisch teuer für die feiertage wir haben hier so ein klein also ein safe und einen kleinen schrank mit sachen drin die man kaufen können wahrscheinlich und ja hier was zum trinken gläser die haben aber leider keine kein kaffee aber wasser kocher aber ich habe ja auch mit frühstück daher ist es jetzt in diesem fall nicht notwendig hier ist eine kleine sitzecke das gute ist das ist alles hier ja parkett ohne teppich was ich gerne mag ich werde mir meine schule ausziehen weil ich will ja hier auch noch sport machen ja das ist doch voll nice also richtig bequem sieht es aus hier ist ein großer spiegel sich ansehen kann und jetzt ins beide zimmer da war ich noch nicht hier ist auch noch so ein kleiner schrank mit spiegel also ganz viel verspiegelt wow ein bidet die toilette und hier bin ich auch noch mal und es gibt auch shampoo und so darum habe ich es diesmal auch nicht mitgebracht einfach weil das mal irgendwie ausläuft sonst hätte ich mein eigenes mitgenommen und das ist auch schön ne also mit dusche mit regendusche da oben und die haben auch im fitnessraum da nehme ich auch euch mit wenn ich da hingehe ja das ist also das ist hier jetzt der fitnessraum der ist gar nicht so schlecht ehrlich gesagt also hier werde ich auf jeden fall ich werde ich ein bisschen trainieren das finde ich ganz gut so die wichtigen sachen hier gibt es auch ein paar gewichte cross trainer nicht schlecht also trainieren wir dich hier auf jeden fall so jetzt war ich noch ein bisschen spaziert nachdem ich mir das da angeguckt habe ich bin auch schon ziemlich irgendwie erschöpft obwohl ich im flugzeug da habe ich eigentlich geschlafen aber trotzdem bin ich müde irgendwie nur fünf stunden geschlafen wieder mal und ja und dann schaue ich mir so ein bisschen an was ich mir morgen alles ansehe ich bin morgen auch ein bisschen früher los und abends werde ich dann fitness machen damit sich das zeit lohnt weil abends wenn es so dunkel ist vielleicht gehe ich da essen oder so aber groß drum spazieren hatte ich ehrlich gesagt keine lust und mein fenster konnte ich aufmachen da kam ein techniker und hat es aufgemacht ich mag es lieber wenn frische luft reinkommt ja ich fühle mich hier sehr wohl das zimmer finde ich total toll ich glaube ich werde eine schöne zeit haben mal sehen was morgen alles so auf mich zukommt ach ja ich wollte noch sagen die meisten spanier können kein englisch und spanierinnen so wir haben schon wieder den nächsten morgen und ich war frühstücken gewesen also das frühstück war total der hammer leider konnte ich ja nicht vieles essen weil es halt nicht vegan ist aber wir haben ein buffet wo so viel auswand an obst ist das reicht mir vollkommen aus und die haben auch sojamilch und so was und müßli also ich kam schon ich konnte gut essen und es gibt hier auch einige vegane restaurants da werde ich nachher mittag essen gehen aber ansonsten kann ich ja auch einkaufen gestern hatte ich mir so ein skier von alpro geholt für ein abendessen sozusagen wird auch ausgereicht und ein bisschen obst obst haben die hier ganz toll immens viel obst daher verhungere ich nicht aber es war schon eine verlockung wo man die leckeren süßspeisen die spanischen süßspeisen gesehen hat aber ja dann muss man nicht immer bei einem zuschlagen ist ja auch für einen selber gesund wenn man das nicht ist und ja ich kann es mir auch nicht leisten okay das war's und jetzt hätte ich die stadt entdecken let's go und und Musik 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Amen.